hallo hier bin ich mag mich wohl gerade nicht hallo will sie mich verarschen dann halt nicht ich will ich auch nicht verrecken es wird hier wieder etwas rüber zu kommen da waren eier was war das nochmal mit dieser schildkrücke ich weiß das gerade echt nicht was wolltest du kann ich dich nicht normal ansprechen man da muss ich noch mal in die andere aufnahme gucken irgendwas mit kite was weiß ich das ist schon etwas besser einfach mal ausprobieren anstatt selber die einzuziehen nein macht es wenn ich das macht auch gut mit ein leben oder eine honigware nein so ich müsste eigentlich die letzten dinge haben ne thanks up geht es viel besser mir ist so richtig schön warm vielleicht könnt ihr damit etwas anfangen warum sind die eigentlich nicht so nein nein warum mache ich das jedes mal so ich bin so behindert ne ach wahrscheinlich kann ich jetzt als krokodil da rein ne würde ich mal so behaupten es ist so gemein jetzt ne voranzukommen ich probiere es einfach nochmal vielleicht eis und tot war ich nicht ich habe nicht geladen nein überhaupt nicht so ich glaube wir können da nämlich jetzt rein so vorsichtig dann schauen wir mal glaube ich nämlich eher dass wir da gleich rein kommen weil wo sollen die nämlich sonst sein bei diesen komischen krokod sind sie nicht drin sonst habe ich da keine noten gesehen weil wenn wir das haben dann können wir das level wenigstens verlassen und uns hohnigwaren holen sonst bringt das nämlich gar nichts überhaupt nichts und ich laber grad schmitte zu lange merke ich grad am hals haaa fuck du 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 weee nehm das puzzle teile müssen wir natürlich noch kriegen aber wie viel sind denn in diesem level überhaupt ähm bieb bieb statistik 6 ah 10 stück und 2 honigwarben jo am arsch wo können die honigwarben denn sein hallo ehhh uba buba buba uba buba uba g somi jetzt geht es mit m .... als wieder ein bisschen was getrunken ubaba dim 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 das ist was also geil von da oben utral Schau mal noch mehr Eier. Ja, weil wir da drin, da verlierst du echt durch. Er hat immer noch den Mund auf. Ich glaub das nämlich, dass das geht. Schauen wir einfach mal rein, gucken. Jo. Wozu hält das denn sonst aus dem Maul die ganze Zeit auf? Oh, keine Kamera drehen. Also selbst drehen, das ist doch... Drei Stück noch. Hallo. Warum verfolgst du mich? Ihr habt tatsächlich alle hundert Noten dieser Welt gefunden. Applaus, Applaus, Applaus. Hallo. 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 Kann ich hier normal rein oder wie hieß das? Ne? Das sind auf jeden Fall Noten. Dann scheint ich hier auch ganz normal rein kommen zu können. Ehrlich? Und ich renne extra zurück um mich zu wandeln. Hey, du bist echt super. Aber ich mach das gleich anders. Ich opfer einfach mein Leben. Bevor ich wieder so weit rennen muss. Ja, komm. Kann ich auch hier drin opfern, dann. Vielleicht schaff ich das da sogar. Weiß man ja nicht. aber dafür haben wir alle 100 noten das ist ein rekord und das ist gut so ja komm blablabla wir kennen das schon ja langsam angehen ist klar hallo volle der geht dahin und instant taucht einer auf zack 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 ja die sterbung ist kacke meiner 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 immer schön weg schnuppen auch scheiß drauf fuck meins 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 miniser hm ich war wohl nicht in form auch zur nächsten runde fertig los Na fuck, habe ich doch noch gekriegt, gut. Nein, meins, meins, meins. Erstmal lieber alle wegschnappen. Ah, hau ab. Ja, Arschloch. Ja, du Penner. Meine. Fui, da ich will. Erhelp. Erhelp, erhelp. Komm, das schaffen wir. Nein. Meine. Ich habe es geschafft. Oh, scheiße. Pah, Anfängerglück. Jetzt gehen wir in die letzte Runde. Schnappet ja nur was oben im Bildschirm angezeigt wird. Fertig. Drei, zwei, eins, los. Sackgesicht. Oh fuck. Hey, ihr geht. Help, help. Oh, es ist gemein. Ja, komm. Dadurch verschwendest du auch voll die Zeit. Boah, das verliere ich ja jetzt. Ja, und der schnappt sich den natürlich wieder alle. Das verliere ich. Haus hoch. Scheiße. Ach, ja, komm. Hat gewonnen, jetzt geht es dir an den Kragen. Kleiner. Ja, komm. Komm her, beiß mich. Fisch. Passiert halt. Wollte ich auch gerade so. Die beste Leistung. Welt ist nur ein 100, bla bla bla. Wollte ich aber nicht. Ich wollte wieder rein. Die haben wir nämlich. Zurück verwandeln muss ich mich auch. Toll. Muss ich doch zurück rennen. Shit. Shit. Also kann ich da echt nicht rein, wenn ich groß bin. Ach, fuck. Falsch gerannt. Mist. Ist auch nicht so schlimm. Passiert. Vielleicht versuchen wir es einfach nochmal, komm. Sollten wir jetzt schaffen. Wir wissen das ja jetzt. Hallo, du blöder Kroko-Kopf. Ja, ich weiß. Speichere hier einfach mal ab. Schaffen wir es schon. Ja, komm. Ich weiß. Voll vor der Nase wird geschnappt. Warum landen die immer da, wo er gerade ist? Ja, dass das schwerer ist. Ich weiß. Hehehe. D-d-d-d-d-d. Mein. Mein. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Fuck. Aha. Geschafft. So. Ja, das kennen wir jetzt auch. Boah, die Sonne bin im Kopf. Scheiß Holo. Irgendwie. Drei, zwei, eins. Bäh. Das kennen wir auch. Meiner. Hehehe. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Komm. Ja, toll. Toll. So. Schneller. Hallo. Ja, warum landen die eigentlich immer gleich da, wo ich gerade weggegangen bin? Meiner. Ah, fuck. Naja, ist egal. Nicht wirklich egal. Geh weg. Du 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 du. Hihihi. Bah. Ich muss vorne bleiben. Aha. Geschafft. Okay. Jetzt volle Konzentration. Das war jetzt schon super. Los.